Und Opa hat hier ganz allein gelebt? Naja. Auf deinen Großvater und darauf, dass du mitgekommen bist. Ich bin nicht wegen dir mitgekommen. Ich wollte nur das Haus von Opa sehen. Schon klar. Wir könnten noch Zeit in Norwegen verbringen. Und was sollen wir hier machen? Es wird gar nicht dunkel. Es ist schon fast elf. Es ist ja den ganzen Sommer so. Und im Winter wird's fast drei Monate nicht hell. My parents are separated. Wir fahren auf der ersten Trip zusammen. Wie geht's? Ich weiß nicht. Es ist verrückt. Gib mir das Wasser. Und was denn noch? Ich bin doch nicht dein Diener. Wir sind noch fast fünfzehn Kilometer bis zum nächsten Ort. Und jetzt? Na was, schon. Wir laufen. Was möchtest du später mal machen? Wieso? Rasiert mich einfach. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Er findet's ganz toll. Er ist total begeistert. Ich finde es schön, dass du mitgekommen bist. Was du schon gesagt.